Hör auf rumzulaufen! Vorzulaufen! Du hast keine Waffe! Die hat gerade mit dir gegriffen die Tür aufgemacht. Ja, ich hab's gesehen. Dreckig tüchten, ey. Vor allem weißt du ja auch, wo die hin muss, ne? Krass. Der steht ja schon wieder aufrecht. Ab in die Ecke mit dir. Du hast dich gleich in Ruhe. Bisschen Respekt vor den Untoten. Lass die mal weiter laufen. Ich geh mal zum Händler. Ja. Schwache Großuniversalachs. Schwache Hammer. Nee, du bist alles nicht so meins. Wo steht die und heult rum? Da hinten. Alter. Ist es normal, dass ihr so leicht bekleidet seid und Zigarrenhaare habt? Aber was gibt man euch ab, ey? Ist nur für dich. Geiler Club, ey. Der will irgendwie quasseln. Kommst du mal rüber? Nein. Ich bin gerade noch alles am verkaufen, was ich habe. Ja, dann warte, weil der hat auch noch was für dich. Dann kannst du das gleich noch hinterher verkaufen. Ja, zu spät. Aber ich hab Kleider schon aufgenommen, den ich gleich verkaufen werde. Ja, geil. Und den stell ich dann gleich hier wieder hin. Mächtiger Schnitter? Ja komm, verkauf ich. Was hast du jetzt noch was? gut gebraucht wurde, dann könnte der DNA noch immer noch sein. Das könnte einfach funktionieren. Aber es wird ein bisschen Zeit nehmen. Wir können diese Islanden schützen, nachher alles. Und für die Frau, ich muss sie nachzudenken. Wenn sie infekte, sie sollte hier bleiben bleiben. Wir werden uns in Kontakt. Nice Akzent, Alper. Aufstieg. Aufstieg. Bringe Connors und Sitzen zu Dr. Monroe. Da haben wir noch was neben Quest. Ja, hast du die ausgerüstet? Ja. Jetzt schnell nochmal zum Händler. Oh, kleiner Bügel mitnehmen. Doch, schnell nochmal. Ja, das war glaube ich der einzelne Typ da in der komischen Hütte. Ja, dann bringen wir weg. Ich komme gefliegt. Ja, lass uns beim Motor fahren. Ja, fahr du mal. Du wirst mich einsammeln hinterher. Ja. Es sei denn, du crashst überall gegen. Das tue ich natürlich nicht. Das habe ich, also das war die Nachbarschaft, die es so angehört hat. Ja, der Autos kaputt. Ich komme doch zu Fuß. Kriegst du mir doch die Fresse? Ja. Und extrem gut in der Abwehr von Zombies. Ähm. Vom Anlocken von Zombies, ja. Ach, da müssen wir Notizen holen. Alles klar. Ja, da ist wir so knochiger. Wie Notizen holen, das habe ich schon schönes getan. Ja. Oh, das ist mir gerade ein bisschen viel lieber. Ja. Alter. Alter. Ich war mich gerade am heilen, du Bastard, ey. Ach, das stimmt. Irgendwas großes wummert hier rum, Alter. Das ist kein Gewitter oder sowas. Entschuldigung. Da. So, jetzt da runter. Ja, das war ein Fehler. Oh, hier ist ein Auto. Wo kommt das denn her? Ja, bestimmt irgendein guter Fahrer von uns, der das da hat stehen lassen. Bestimmt, ja. So, ich flutsche hier schnell in die Kiste rein. Geht doch nicht. Dann können wir das Hauptquest weiter machen. Oh, ist das verwirrend gebaut, das hässliche Labor, Alter. Die Leute sind doch ein bisschen durch hier. Das ist unglaublich. Du sagst, das ist Connors. Was ist ein Schade. Was ist ein Schade. So, ich muss mit uns. Ich muss mit uns beginnen. Ich komme nach ein bisschen zurück. Wenn das wahr ist, werde ich etwas zu produzieren. Was ist ziemlich... Ja. Siebenhunderter Katana? Ja. Ja. Wenn der Preis stimmt. Natürlich. Mach mal das. Nichts für die Toten. So. Ich sehe hier noch ein... Pokal, ja. Ja. Ja, hier. Bei dem. So, jetzt gehe ich nochmal schnell zum Händler. Verkaufen. Was ist das denn? Schwaches Katana weg damit. Äh. Jetzt gehe ich nochmal zur Bergbank. Kanada Lok. Gutständer. 30 Dollar. Gib, gib. Schweres Katana für 700. Ja, das behalte ich. Kann ich denn da kaufen? Äh. Nichts. Alter. Nichts, was über 600 Grundschaden hat. Nichts, was über 600 Grundschaden hat. Behalte ich, Alter. Nichts, was über 600 Grundschaden hat. Nichts, was über 600 Grundschaden hat. Ja. 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 So. Katana. Okay. So. Und jetzt habe ich auch ein, äh, ein Katana mit, äh, hier ist's. Ach. Du weißt, was ich meine. Auch mit 1100 Schaden. So langsam wird's. Ja. So. Modifizierend. Ich kann nichts modifizieren. Kleine schrumpfle Munition. Mitnehmen. So. Quests. Was haben wir denn? Wir haben jetzt beide dieselbe Ausrüstung. Nichts für die Toten, ne? Ja. Alles klar. Dann go. Das ist ja auch quasi wieder hier hinter dem Gebäude. Ja. Ach nein. Ach nein. Was denn? Das ist ein Blubber. Ich war jetzt immer schon drauf halten. Das hört sich doch schon an wie Kotze. Alter. Uiuiui. Hätte man die Quest nicht machen können, als man schon hier war? Es wäre nice gewesen, aber so nice ist das Spiel anscheinend nicht. Ne. Weil wir die Nahrungs- und Wasser-Konserven hier sind, ne? Dann viel Glück als Wissenschaftler hier hin zu gehen, ey. Wenn ich mir so angucken, wie der Weg ist. Ja. Wow, der hat ein Afro. Jetzt nicht mehr. Nein, da bittst nicht mich weg! Die Schnitzelte ist für alle. Jungen, Alter. Und wer weiß denn, so ein Zombie will man noch nicht haben? kopfnuss gibt er steht ein tresor große batterie in dem tresor ja und jetzt zurück ach so wir sollten das nur clear ich dachte wir sollten irgendwas holen ja ich höre sie lauf mal das was viele ich wünsche wir hätten eine minigun ich wünsche wir wären kein quälen alter ja das wäre jetzt auch geil das stimmt weil in dem spiel vorlauf hätten wir jetzt schon den enthaken geht nichts über diesen haken voll geil gib gib cash 4000 dollar find me five cases of this specific mutation that would be extremely helpful selbst mit auf fleisch ja haben wir das vielleicht schon ja ich habe es jetzt weiterführende ob schon so gut das heißt gegeben und das ist jetzt alles wirklich fortlaufende schwieriges gespräch ja ich will jetzt nicht zu viel verraten aber ich glaube ich hab luft im bauch dann lass sie raus ich lass die raus und deswegen sterbe ich gerade auch plan fleisch explosion finde ich gut nehmen nehmen wir mit was hat uns das jetzt gebracht ich kann jetzt was werfen was ein hackfleisch bällchen ist und explodiert oder was was klar machen machen doch ständig in restaurants ja klar deswegen dürfen wir noch nirgendwo mal hinten ja ich freue mich ist auch mega mess auf den dritten war ich mit fisch ja ich bin ja ich weiß ja noch gar nicht was in die richtung geht aber ja man darf das man darf das ja auch ich habe mich ja auch politisch unkorrekt wieder ausgedrückt lässt mich sehr ganz der richtige begriff homosexuelle weibliche mitbürgerinnen ist der richtige begriff jetzt kriegst du auf einmal an so und diesen kennen halt die eine schon die super und dann was ist das jetzt auch so roter kringel der typ ist so geil ja dann bitte auf auf erstmal hier schnell an die werkbank die auf dem boot ist bestehend aus einem was auch immer das ist wummel dummel geben mit der möwe in die stadt ja dann ab in die stadt mit der möwe besser als mit der möse tschuldigung ich muss aufpassen was ich sage besorge bruno drei nägel ach nee das sind andere ich weiß das sind wieder diese fortlaufende scheiße echt jetzt ja du musst wieder mit der möwe reden ach das ist er hier ach so ok listen friends there are two things that need to be taken care of before we head out thing is gas for the boat we won't get there on fumes the second thing is something special for titus so he lets us through otherwise we can forget about ever getting inside so what's it gonna be okay then you'll find a fuel at the gas station if you can find a car while you're there you'll get back a lot quicker ja super ja watch das boot das hat ja beim letzten mal auch gut geklappt ja der ist experte darin das boot zu watchen ja ach wir sind in der stadt ja haha ja ja hab ich gesehen bam jungen oh nein ich würde einfach mal hier in diese... Ach, nein! Alter! Wieder diese Energies, nimm sie. Oh, krieg ich erstmal die Fresse geschossen, ey. Sollen wir da lang gehen? Nein. Ich hab keine Muni für nichts, ne? Warte, ich muss noch schnell... Sekunde. Ich hab Pistolen-Munition. Was sagt die... Der etwa sieht! Wieso könnt ihr durch die Wände schießen? Und ich nicht. Wieso geht das? Ich krieg durch die Wände Schaden. Ja. Herzlich willkommen bei Jackass. Ich lauf dann mal weg, alter. Tschöööö. Wo bist du? In die nächste Gasse rein. Alter, ich krieg nur auf die Fresse von dem Typen. Mach den Wallhack aus, du Spass. Der ist weggeglitscht. Der ist einfach weggeglitscht. Ja, dann lass ich's mal weiter in den Wäpport. Aua! Ja. Ich bin da mal weg. Ha! So, ich bin fast da. Ja, der brennt, Junge. Ja, davon sind ein paar hinten hergelaufen, alter. Voll am kreischen, ey. Nein, ich bin falsch gelaufen. Hier warnen wir mal. Ich bin tot. Oh, Mann. 2.900 Dollar. Nein, ihr tötet mich nicht. Ha, ha, Furzkissen. Ha, ha, was? Ist das nicht gehört, alter? Nein. Ihhh. Hat die gemacht. So hört sich bei dir Furzkissen, alter würde ich mir aber Sorgen machen, ne? Chill doch deine Base, da ist ein Zombie in einem Karton, alter.